Die Feuerwehr Baden wurde heute Abend alarmiert zu einem Brandeinsatz. Ein Anwohner hatte in einem Nachbarhaus einen ausgelösten Brandmelder bemerkt und vorsorglich die Feuerwehr gerufen. Nachdem wir alarmiert wurden, sind wir so schnell es geht zur Einsatzstelle gefahren, haben einmal schnell das Haus abgesucht, auf Rauch im Gebäude war. Dem war nicht so. Wir haben dann nochmal ein Fenster geöffnet, um auch im Inneren wirklich sicher zu gehen, dass keine Personen und auch kein Rauch im Gebäude sind. Und danach das Fenster wieder verschlossen. Rauchmelder warnen die Bewohner im Brandfall sehr schnell vor, sodass sie sich auch frühzeitig noch aus dem Gebäude entfernen können und die Feuerwehr alarmieren können.